War es schön, Piper-Girl, wie sadistisch bist du? Beweise verstecken, Beweise hinterlassen, Leute, 10 oder 11, 10 oder 11. Wie vorbeischleigen, der Hund sieht uns schon. Hä? Ist das Snipestacks jetzt der einzige vernünftige? Jetzt Ludl, mach ich da ins Kracherleine. Oh man, oh man! Es hat nicht squippen, es hat nicht squippen! Oh Gott, so! Tut euch das doch nicht an! Sch*** mich an, ich hab mir nicht gedacht, dass es wirklich down hat.